Alle waren da. Es gab Windbeutel und dazu hörten wir finnischen Hardrock. Plötzlich tauchte diese Frau mit der Maske auf. Sie goss ihren Gin über einen Kaktus und warf ihn nach oben. Es wurde ganz still und alle hatten nur eine Frage im Kopf. Wo hat sie bloß diese Tasche her? Gefunden auf otto.de Gefunden auf otto.de